Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Metroid Zero Mission Und ähm, was war das letzte Mal? Was war das letzte Mal? Wir sollten nach Nofair. Da waren wir und ich glaube da haben wir den erhöhten Sprung bekommen. Und deswegen können wir da oben jetzt hin, aber das heißt noch nicht, dass wir dort lang gehen, sondern wir gehen in diese Richtung erstmal. Ganz einfach aus dem Grund, ähm, ich glaube da gab's noch was. Das letzte Mal waren wir auch schon da, weil wir wollten, ähm, Erstmal nicht besiegt werden. So, jetzt. Gott, die sind so nervig. So, jetzt aber. So. Und hier Gibt's irgendwo Noch ein Item Oder den Wurm noch ein gag? Soo? hör Okay, den haben wir noch nicht besiegt, das machen wir dann die nächste Tour. Der ist auch nicht ganz so einfach. Ich hatte das letzte Mal besser gemacht, als wir den besiegt hatten, bevor ich dann gestorben bin. So, hier können wir jetzt zum ersten Mal hoch. Ist die Frage, können wir hier überhaupt weiter hoch? Weil ich glaube schon, fast. Ja. Das war's. Okay, ähm, das wird wohl nix. Es muss doch irgendwie weiterkommen. Oh shit, ich hab's jetzt fast geschafft. Ähm, ja, auf jeden Fall. Scheiße, jetzt hab ich ziemlich viel Zeit verschwendet. Für nichts. Ähm, ja. Die können wir, hätten wir uns auch sparen können. Wie wir gemerkt haben, ging's da oben nicht lang. Also es hätte geklappt. Das wäre auf jeden Fall schwer geworden. Jetzt hören wir uns mal auf, die ganze Zeit treffen zu lassen. Hoffentlich. So, den besiegen wir. Und den besiegen wir. So, hier oben waren wir ja eigentlich schon mal. Aber wir müssen da oben irgendwie hinkommen. Wäre die einzigste... ...sinnvolle Möglichkeit, bevor wir jetzt hier durchfallen. Gehe ich hier nochmal zurück. Ah, wir kommen hier gar nicht mehr zurück. Scheiße. Wir müssen hier auf jeden Fall dort oben hin. Hier können wir uns eine Abkürzung holen. Das ist schon mal gut, aber... ...irgendwie habe ich nicht so das Gefühl... ...als ob wir richtig sind. Da oben. Oder? Aber wir können jetzt mit dem Ball springen, genau. Da war doch was. Dann geht denn das A mit A. Okay. So, jetzt kommen wir hier durch. Aber, wie wir weiterkommen, haben wir alles noch nicht draus. Ach, den gab es genau. Ich weiß wieder, was hier das Problem war. Ich bezweifle, dass wir das Problem mittlerweile gelöst haben. Ja. Hier können wir auf jeden Fall noch ein bisschen Energie auffüllen. So, aber, wie kommen wir hier hoch? Durch den Gang, das bringt uns nichts. Da unten gibt es noch ein Item. Ganz am Anfang gibt es noch ein Item. In Norfair waren wir schon. Und dort oben kommen wir erstmal nicht mehr hin. Also wäre das Sinnvollste. Nee, was wäre das Sinnvollste? Ja, okay. Ich sehe es schon. Wir müssen ganz zurück an den Anfang. Aber das können wir uns einfacher machen. Ich weiß jetzt nicht, wie wir dadurch kommen, aber wir haben hier kurz vorm Anfang. Was heißt kurz vorm Anfang? Relativ weit vorne gespeichert. Das heißt, wir können einfach sterben und dorthin zurückgehen. Ähm, so. Jetzt gehen wir mal ein paar hier lang. Wir hätten vielleicht direkt oben. Langgehen können aber. So können wir uns noch ein bisschen Energie mitholen. Jetzt gehen wir hier oben nochmal lang. Okay. Ah, hier kommen wir gar nicht rein, also, können wir schon rein theoretisch, aber jetzt noch nicht. So, der kann uns aufschüllen, brauchen wir aber im Moment nicht. Die können wir auch nicht. Ah, ich versteh grad nicht, wie wir da hoch sollen, aber das kommt bestimmt noch. So, dann ging's nach Quaid, wir gehen jetzt einfach mal durch, ähm, und zwar jetzt nach oben. Ähm, sag mir nicht, dass wir hätten von North her kommen müssen. Ah, Moment, das Item ist gar nicht dort. So, ich hab mal kurz ein bisschen was nachgeschaut, aber ich hab absolut keine Ahnung. Also absolut keine Ahnung, wie wir da oben hinkommen sollten. Ähm, ich versuch jetzt einfach noch ein bisschen was und wenn nicht, werd ich mir für die nächste Folge anschauen, ähm, was wir tun müssen. Auf jeden Fall, wie ich da oben auch noch gerne ran. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt schon geht. Na ja. Gehen wir erstmal, ähm, weiter. Oder was heißt weiter, sondern zurück. So, das einzige, was ich noch gefunden habe, war das hier. So. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal nochmal nach North her. Ich hab auch keine Ahnung, absolut keine Ahnung, wo es hingeht. So. Ich speichern, was ich halt habe hier. So. Ich hab auch gerne. So. So. Ich bin eh. so hier oben kommen wir auf keinen fall durch wir kommen hier runter noch mal und hier gibt es noch einiges zu holen eigentlich und da hinten wird auch nach kateria gehen hier hatten wir das item gab es auch irgendwas zum speichern ich glaube nämlich nicht was wir tun könnten zu versuchen hier durchzukommen was aber ist sehr schwachsinnig ist ich frage mich auch noch zurückkommen schaffen wir das überhaupt wir müssen längst nur durch den raum kommen dann hätten wir es glaube ich geschafft irgendwo durch scheint nicht so gut zu klappen selbst jetzt kann ich auch nicht machen ich versuche jetzt noch einmal wenn es jetzt nicht klappt dann ist es halt so es wird auf keinen fall besser da kommt dann verabschiede ich mich hier und wir sehen uns im nächsten part auf wiedersehen dann 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 Vielen Dank.